Und aufzeichnen. Tricky Hunter has entered the game. Na, ich würde sagen... Hm, das klingt fast so. Erzählt mir dann Roma. Was ist ein Roma? Ein Verteidiger, der, so wie ich immer, überall in der Gegend rumläuft und den Feinden in den Rücken fällt. Das ist schon wieder lustig. Du musst deinen Dronen nutzen, um eine Bombe zu finden. Okay, ich bin der Hauptlobby. Ja, ich bin der Dronen, um eine Bombe zu finden. Wir sind hinten im Druckerraum. Ja, in dem Druckerraum. Diesen super unübersichtlichen Drecksraum. Der Dronen hat eine Bombe zu finden. Okay, Cavera habe ich gesehen. Und Mira. Ach ja, die sind wahrscheinlich gezeigt. Frost. So. Und da haut einer. 5 Sekunden. Du hast eine Bombe zu finden. Mach deinen Weg zu deinem Ort und defuse sie. Du musst aufpassen. Es gibt zwei Türen, die tödlich sind. Genau, da ist die erste. Scheiße. Cavera ist tot. Das ist eine tödliche Ecke da hinten. Okay, Frost ist auf der Ecke. Hier kleinen Arschlöcher nicht mit uns. Ich werde nochmal eine Runde drohen. Ich habe da hinten eine Mira irgendwie. In der Erarbeitung. Du musst hier noch einen Spot, wo die dich nicht finden. So habe ich ja schon. Naja. Ich träume weiter, Mira. Komm doch einfach raus. Mira steht hinter ihrem Loch da. Oh, das war knapp. Ich komm da nicht weiter. Ich komm von der Seite nicht rein. Cause. Ich komm zu dir, Starkstrom. Ey, warte mal. Der ist hier irgendwo schon wieder der Penner. Ja, genau. Was? Geht das noch nicht weiter. Das war auch hier irgendwo, ne? Aber wo? Die haben von oben geschossen. Oben lungert auch irgendeiner rum durch mich. Doch. Du kannst reingehen, oder so einer ist oben, oder so... Ja, die ist in dem Raum. Nein, das war ne... Das war ne Frostfall. Ich hab sie nicht gesehen. Im Hintergrund sah ich hier sich was bewegen. Das ist lame. Scheiße. Scheiße. Tellers, Archives... Was machen wir denn da? Das kann man relativ gut dicht machen, ne? Oder? Bestimmt. Secure the area, keep the bombs protected. Okay, so. Let them cover it. Okay, so. Device prime, keep an eye on soul. Bomb location compromised. Plan to go. Die können das hier halt vertikal ganz gut dicht machen, ne? Das ist ein Problem. Ich bin echt blöd, ich weiß, wie es mir bloß hier rausging. Sie kommen von oben, ne? Kannst du auf jeden Fall was haben, ja? Kannst du auf jeden Fall was haben, ja? Bitte? Wer hat denn davon wo geschossen? Ist klar. Ah. Wird was wir da haben? Nein. Das ist, ähm... Wer ist er denn noch? Capcan. Ja, ich bin Capcan. Ja. Entschuldigung. Er ist ja noch. Der Sniper. Ja. Lance? Ja, danke. Reloading, cover me! Reloading! Woah! P-Bahn hat mich erwischt. Auf meiner Reiche. Wir haben Blackbeard. Markiert. Du hältst die Ecke da, ne? Nö, halt ich nicht. Weil Glas, äh, unverwundbar ist. Also ich... Versteh nicht. Ich versteh's nicht. Das war ganz nett. Ach Gott, ey. Das war Glas? Ja. Und, äh... Glas und Hibana. Ja. Ja. Was machen die denn noch? Ähm... Spakur, ey. Ja... Ja, ey... Tja... Was geht hier ab? Ne KT von 3? Wo gibt's denn sowas? Ja, so macht nur das. Cool. Geil. Cool. Ja, das ist wirklich... War ich der letzte? Nee. Nee, vor der letzte. Nee, war zu zweit. Sehr, sehr gut gelöst. Richtig gut. Wollen wir mal sehen, ob das so gut klappt von da oben. Er hatte Rooftop-Sniper, ne? Tim, der lag da oben auf dem Dach, ne? Er ist nicht mute. Das war das Entellos. Oh. Im Keller? Das war es schlussisch. � Was? Ich bin vom Bandit erwischt worden, auf meiner Position. Und die war? Da, wo die einzige Leiche bisher ist, oben, auf diesem Gerüst, diesem Treppengeländer. Unter dem 1 der Light. Ich kann mal einen schießen. Der Sledge macht schon auf. Oh Mann. Jawoll. Der Säger ist aktiv. Protektiv an all costs. Schauper, dann müssen wir auf den Knappen herauskennen jetzt. Wir sind in den Knappen. Wir sind in der Stops. Knappen, heist... ...Knappen, wir sind in der Flucht. Aha! Schaufer ist die Flucht. auch mal mehr entnehmen darf und in einem neuen hoch knappes Ding sehr gut Dirk Dirk ist unser Finisher wenn mir nicht irgendwie direkt das Feuer gelaufen wäre habe ich jetzt eine Hälfte? ja hast du, du hast jetzt 4 zu 1 Kills keine Messe Tim ist doch gut dass er auch mal unsere Runden rettert, der liebe Dirk ja es ist wichtig für die Motivation an der haben Tim und ich gerade zu knabbern aber wir gewinnen wenigstens, das ist schon mal gut ja super, das ist ja auch exzellent das ist schon mal gut da hört es GDD Primed, stand clear erste Drone weg Ambush set, stay clear GD-1 mit Endes gd-1 mit gd-1 mit 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 ab Das ist meine Trump-Karte red. Wir kommen durch den Haupteingang, Lobby Das hier oben ist, dass ich die noeke ausfahre. Ich habe hier oben eine plattgemacht. Von wo? Pass auf. Aber dieses Pixel-Pieken will. Meine Fresse. Sie kommen oben im Erdgeschoss auf den Treppen. Da sind sie. Den Karten haben in Sight. Bekren Sie! Hier ist es. Das sind die letzten zwei. Ob for last op standing. Toxin's in position. Reloading! Oh. Scheiße. Scheiße. Sehr gut gemacht. 5 zu 1, Dirk. Das ist der Hammer. Sehr geil.